Allemann! Man erkennt nichts. In der Kamera. In der Kamera erkennst du gar nichts. Auf der anderen Seite hätten wir mehr gehabt. Wir hätten kein Sonnenproblem gehabt. Ach nee, wir haben hier mehr. Guck mal, da vorne ist Wasser. Dann haben wir mal in die falsche Richtung geguckt, Clara. Ach, wir sind ja auch von da gekommen. Nee, warte mal. Ich hab einfach das Falsches gerade im Kopf gehabt. Wir haben doch in die richtige geguckt. Europapark? Ja, Euromir. Eurosat heißt die ja. Ja. Voll der Dampfer steht da vorne. Wo ist denn das Riesenrad? Das ist wahrscheinlich genau hinter dem Haus. Ist aber auch nicht so gut. Was? Das ist auch nicht mehr, ne? Du müsst doch wie so das von Bruch sein mit diesen Seilbahngondeln. Was? Du müsst doch wie das von Bruch sein ungefähr mit diesen Seilbahngondeln. Ich weiß es nicht. Was? Nee. Es hat diese Seilbahngdinger da dran. Für alle, die es nicht sehen können, da ist das Meer. Ja, sieht man so ganze Zeit ein bisschen von hier. Weil da die Schiffe rumschippern. Hier ist der Rest der Kürbis. Irgendwo da hinten ist die Nurell. Irgendwo da hinten ist die Nurell. Irgendwo da hinten ist die Nurell. Die Schnellsten nach unten. Die Schnellsten nach unten. Komm, übertreibs nicht. Ja, ich merke schon. Da ist noch einmal. Du musst es aber nicht tun. Ja, ich bin so gut. Aber nicht mehr. Ja. Ja, ich bin so gut. Ja. Ja, ich bin so gut. Geht los! Volle Pole! Eie! Volle Pole! Leute, weiter! Eie! 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 der einzige hau den lukas mit feuer alle voll hoch Oh Oh! Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017